Also der hat mir ganz schön, also zumindest mal alleine ganz schön den Arsch gewaschen, sag ich mal. Okay, mit dir ist das natürlich wieder gar kein Problem. Okay, mit dir ist das ein Problem. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich muss mit Sheen unbedingt heilen, ey. Nein, ich bin tot. Scheiße, ich renne immer ins Wasser. Ich brauche mal was zum Boxen. Okay. Aber auch gleich Ulti, dann kann ich mich komplett hochheilen. Ich brauche mal was zum Boxen. Hauptsache, der macht uns nochmal total unnötigen Schaden. Okay, ist auch cool. Ich glaube meine Tagesquests da sogar jetzt komplett. Ähm. Okay. 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 Okay.